Hör auf dein Herz Patienten mit einer Endokarditis, also einer Entzündung der Herzinnenhaut, leiden aufgrund der Schwere des Infektionsgeschehens, welches er den gesamten Körper mit einbezieht, unter einer Vielzahl von Beschwerden. Dazu gehören zum Beispiel meist hohes Fieber, einhergehen mit Schüttelfrost, Herzrasen, Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit bis hin zu einem ausgeprägten Krankheitsgefühl. Typischerweise kommt es häufig zu Hauterscheinungen, wie zum Beispiel kleinen Einblutungen in die Haut. Besonders gefährliche Komplikationen können sich entwickeln, wenn sich derartige bakterielle Absiedlungen, sogenannte Vegetation, von den Herzklappen loslösen und dann mit dem Blutstrom in die verschiedenen Organe verschleppt werden, wo sie dann zu infektiösen Absiedlungen führen. Ein Gehirn kann sich zum Beispiel zu einem Schlaganfall, einer Hirnentzündung oder einer oftmals sogar tödlichen Einblutung führen. Durch die zunehmende Zerstörung der entzündeten Herzklappen ist natürlich im weiteren Verlauf auch die regelrechte Pumpfunktion des Herzens nicht mehr gewährleistet, weil ja die Herzventile, die Herzklappen zunehmend undichter werden. Und hieraus entwickeln sich dann die Beschwerden einer Herzschwäche mit Luftnot, Wasseransammlung in den Beinen und Herzrasen. Im Extremfall kann sich innerhalb von kürzester Zeit, wenn nicht rechtzeitig behandelt, ein oftmals tödlich verlaufender kardiogener Schock, ein tödlicher Herzschock entwickeln. Und daher ist es extrem wichtig, dass man die Endokarditis frühzeitig feststellt, frühzeitig diagnostiziert, bevor die Herzklappen unwiederbringlich zerstört werden. Meistens fällt bereits in der körperlichen Untersuchung beim Abhören des Herzens ein Herzgeräusch auf, was durch den veränderten Blutfluss durch die entzündeten Herzklappen bedingt ist. Die Diagnose gelingt dann meistens mithilfe von Blutuntersuchungen, wobei man hier zum einen erhöhter Entzündungswert im Blut feststellen kann und zum anderen auch versucht, mithilfe von Blutkulturen die Erreger in der Blutbahn direkt anzuzüchten. Daneben kann man mit speziellen Herzultraschalluntersuchungen durch die Speiseröhre einer sogenannten Schluck-Echo-Kardiografie durch die Speiseröhre einen besonders klaren Blick auf die Herzklappen gewinnen und somit die bakteriellen Auflagerungen, die Vegetation wunderbar darstellen. Die Behandlung der Endokarditis erfolgt in aller Regel auf der Intensivstation mit einer Kombination verschiedener hochwirksamer, intravenös, also über die Blutbahn verabreichter Antibiotika. Und wenn man hiermit die Infektion nicht ausreichend kontrollieren kann oder aber wenn die Schäden an den Herzklappen schon zu weit fortgeschritten sind, dann ist in vielen Fällen eine Herzoperation mit Ersatz der entzündeten Herzklappe notwendig. Bei optimaler Behandlung überleben heutzutage mehr als drei Viertel der Patienten. Es gibt allerdings Faktoren, die die Prognose verschlechtern und das ist zum Beispiel der Fall, wenn Herzklappenprothesen, also künstliche Herzklappen befallen sind oder aber beim Vorliegen von besonders gefährlichen Bakterien stemmen. Wenn man eine Endokarditis überlebt hat, dann ist natürlich das Risiko im Laufe des weiteren Lebens erneut eine Endokarditis zu entwickeln erhöht. Und dementsprechend bekommen Patienten, die eine Endokarditis überlebt haben, einen solchen Endokarditis-Ausweis ausgehändigt, den sie dann zum Beispiel beim Zahnarzt vorlegen können, damit dann bei Eingriffen, bei denen man ein Ausschwemm von Bakterien in die Blutbahn vermutet, vorsorglich ein Antibiotikum, eine Antibiotika-Prophylaxe verabreichen kann. Letztlich bleibt die Endokarditis trotz aller medizinischer Fortschritte eine weiteren gefürchteter Erkrankung, die man frühzeitig und konsequent behandeln muss, um einen ungünstigen, wenn nicht sogar tödlichen Verlauf zu vermeiden. Das war es auch schon wieder mit meinem Video. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein bestätigendes Like. Nutzen Sie die Kommentarfunktionen, ich versuche so viel wie möglich Anfragen persönlich zu beantworten. Abonnieren Sie mich auf YouTube oder Facebook. Stümmern Sie noch etwas auf meiner Webseite rum und vor allen Dingen hören Sie auf Ihr Herz.